Ey Mann, was ist denn das hier, ey? Da steht Zombie-Freund Oh! Da steht ein ganz schönes Zombie-Freund Oh! Hast du keinen Schalldämpfer? Äh Junge, ich hab nicht geschossen! Verpasst du anders! Ey du Ficker Voll das Massaker hier Kann nicht sein, dass hier auch kein Reifen dran ist LOL! Da ist ein Reifen! Oh! 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 Okay, okay, wir müssen mal hier gucken Und du hast hier gerade richtig rumgeschossen, Arne Oh nein! Nimm diese Scheiße mit dem Lauf! Lauf! Junge Oh, geil Junge, jetzt hast du hier voll rumgeballert, Alter Damit hab ich Junge, deine Scheiße Angst Junge, wir suchen hier seit zwei Stunden Auto mit nem Reifen, ja? Seit zwei Stunden Junge, zocken wir den einfach voll in drei Fragen, ey! Wir wechseln jetzt nochmal Server Und laufen nochmal diese drei Fahrzeugs bei uns ab Wir finden einen Reifen Und dann haben wir ja eigentlich schon ein ganzes Auto Ah, ey, ey! Hab! Lol, was ist das? Was ist jetzt los? Ich hab'n... Der hat alles! Der hat alles! Was ist denn der hat alles? Ich hab'n Auto gefunden, der hat alles Okay, es fehlt ein Kühler Habe ich dabei Es fehlt nur ein Kühler Ah, hab' ich Ich füll schonmal Ben... Äh, Öl ein Und wir haben da jetzt... Weiß nicht... 20... 20 Server da oben angeguckt Und nicht... Weil die... Jetzt haben wir denn die Reifen gepullt Ohne... Ja... Ja stimmt, wir brauchen die nicht mal Und die spawnen einfach Alter, Jugo, wir haben... Lol, legst du hier? Ja Bist du das hier? Ja, ja Alter, als ob ich dich gefunden habe, what the fuck Ja, von wo kommst du her? Ja, ich bin querfeldein Ich hab dich einfach... Ich wollte grad kurz schießen Ich dachte, das ist so ein Gegner Ist da nicht schon ein Tank drin? Hast du schon nicht reingeguckt? Ne, ich hab noch nicht reingeguckt Vielleicht ist es ja getankt Dann können wir schon weg, wenn ich den Kühler reinmache Ne, es ist nicht getankt Ich hab halt nur die Wasserflasche dabei Ich seh... ich seh den Tank nicht Dann muss ich hier an der Seite... Ich kann dir nicht helfen, um zu gucken Ich mach schon mal den... Kühler rein Ich weiß... Ah ne, hier, bedanken Ich... ich hab's Ach hier, Leute, das ist mir ja so schlecht Easy game, ich hab's Okay Okay, das Wasser im Kühler ist auch da Ist auch genug da? Jaja Boah, Alter, das ist so laut, ne? Hier links einfach lang Ich... Mach ganz... Wie weit kommst du denn damit? Da kommen wir niemals mit weit genug Boah, ich komm hier nicht hoch im dritten Scheiße Boah Arne Ah, ne? Mann, was ist denn jetzt hier los?! Da kommt ein Scheiß-Zombi... Da kommt ein Scheiß-Zombi... Oh, oh, oh Alter Es ist Bruch der Zombie Einfach umgenietet Wir gehen auf den Server, wo der Scheiß-Kanister drauf ist Ja, wenn du noch weißt, wie der Server ist? Ich weiß es nicht Ja, ich weiß... ich glaub ich weiß noch Jetzt qualm's wieder vorne richtig rein Der Kühler qualmt schon wieder fett Ah, ich bleib mal ab Der Kühler ist auch noch nicht ganz voll Die Robe, wie viel Wasser muss da rein? Den Kanister können wir an den Brunnen füllen Was für ein Kanister? Ich hab keinen Kanister. Ja, den Kanister, den wir jetzt holen, Mann. Ja, dann lass den mal holen. Was ist das hier? Was? Das ist ein Zelt. Was? What the fuck? Was ist da drin? Ich hab ein absolutes Standbild. Was ist da drin? Ganz schöner Scheiß, Mann. Jetzt ernsthaft? Ja, Digga. Junge, wie viel Glück haben wir? Wo sind wir? Ja, hier ist eine Schaufel drin. Wir sollten in meiner Umgebung... Ja, obwohl so kranker Scheiß sitzt hier nicht dran. Okay, jetzt einfach rückwärts gegangen. Ich mach doch einfach scharf rechts, Alter. Alter, du siehst doch hinten nichts, das... Oh. Alter, das wabbelt aber auch. Junge, jetzt übertreibt man nicht. Ah, ne? Hallo? Junge. Toll, einfach steht ein Zombie, Junge. Die kommen uns alle hinterher, ne? Du musst links jetzt. Oh. Pfff. Junge, wie viele Zombies laufen uns hier hinterher, Arne? Lass erstmal im Auto bleiben. Warte, da liegt noch ein Ölkanister hier drin. LOL. LOL. Was ist das? Nee, wenn jetzt Tag wär, wie dumm ist das. Das passiert hier, Alter. Ist auf jeden Fall schneller als Laufen. Ja, sollte es auch sein. Ja, dumm wenn nicht. Oh. Alter. Wir haben Motorstrahlen. Dein Ernst? LOL. 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 Ruhig, hast du dich. Ich hab das... LOL. Der Autokühler ist ruiniert. Nein. Wo, wo finden wir jetzt einen neuen Autokühler? Ja, müssen wir nach Celeno gehen und die Dinger abzugen. Ich hab Kühler. Was hast du? Ich hab Kühler. Geil. Der ersten Garage, die ich gefunden hab. Geh-ren-haft. Ja toll, und ich muss hier wieder laufen für deine Scheiße. Ja, für unsere Scheiße. Du hast es kaputt gefahren. Ja. Dann bist du wie im Real Life fährst, ey. Ja. Ja. So, können wir... Wir können losfahren, oder? Ja, dann... Warte, ich muss nochmal gucken. Ich weiß noch gar nicht, wo wir nachkommen. Weil... Da, ne? Wir heben gleich wieder ab. Alter, hab ich... Weil es gibt auch ne Bremse. Oh. Alter, ey. Ich, ich, ich. Oh, ich komme. Oh. Du hast nicht zu hart liegen. Oh. 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 Mach mal auf. Oh. Warte. Warte, ich guck... Ich guck hier. Hä? Was ist das jetzt? Steh ich auf? Was ist das für ne Scheiße? Hilfe. Ich fahr sie um? Oh. Junge. Den einen hat's richtig... Aua. Ich will rein. Oh. 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 Alter. Was ist denn das? Der Server lagged. Was war... Oh. Oh. Warte fuck. Was? Alter. Ich kann keine Waffe zücken. Ich kann keine Waffe zücken. Ach, ich helf dir. Ich kann mein Messer nicht rausholen. Junge, wie hast du das überhaupt überlebt, Alter? Mein Leben geht hart runter. Ja, ich helf dir. Hallo. Ich kann keine Waffe zücken. Ich drücke jede Taste. Ich kann auch kein Tab mehr drücken. Ich kann... Ich kann mein Inventar nicht mehr öffnen. Junge, wie hoch geflogen du bist. Wie hoch geflogen du bist. Haben wir denn hier lange, ey? Ja, und jetzt gleich... Links die nächste. Langsamer. Ich hab... Das ist ja wohl ein absoluter Scherz. Die Server sind immer schön stabil. Ich hab vorhin noch prophezeit. Wetten, wir gehen einfach drauf, weil einfach eine Sekunde wieder dieser Lag ist und wir einfach gegen irgendjemand auch fahren. Hätte der Lag fünf Sekunden früher gewesen, wo wir auf gerader Strecke sind, wären wir nicht gestorben. Ich hab so eine Sonne. Ich bin noch nicht tot, aber... Warum bin ich tot? Ich lebe noch... Da steht als Zweitbelegung Bild auf und Bild ab. Das könnte sogar sein. Ich sag doch Bild auf und Bild ab. Ja, aber da passiert nichts, wenn ich auf Bild hoch und Bild runter drücke. Dann geht das mit der SK nicht. Und ich hab's noch auf gleich und auf minus. Warum auch immer. Wie auch immer gleich funktionieren soll, weil das... Denn das ist die mit SHIFT arbeitet, aber okay. Ich glaub, ich geh einfach nochmal hier übers... Militärgeländer. Hier ist einer. Kacke. Ey, klein! Jetzt läuft der da genau in den Wald, wo ich grad die ganze Zeit... ...AFK rumstand und in der Einstellung war. Nein! Der stand grad still! Wieso schieß ich nicht? Ich lauf einmal außen rum. Guck, ob ich ne Flanke ziehen kann. Schutz des Baches hier. Mann, jetzt hab ich ihn aus den Augen verloren, ey. Ey, ich stand so 10 Meter neben dem. Da war nur ne Mauer zwischen uns. Mann ey, der stand still, hat irgendwo hingeaimt. Und... Ich hab gepanickt und nochmal SHIFT gedrückt, weil ich dachte, das wär Luftanhalten und bin einfach wieder aus dem Zoom rausgegangen. Junge! Weil ich einfach dumm bin. Ah! Ich bin tot! Ey, der kam... Willst du mich verarschen? Wo war der denn, als ob der mich gesehen hat? Junge, ich bin auch wieder One-Hit umgefallen. Ich hab echt keinen Bock mehr, dieses Spiel ist die größte Kacke, ne? Ey, das triggert mich so hart, ne? Als ob der mich gesehen hat. Wo will der mich gesehen haben? Was geht der da hoch und guckt da wieder rum? Da, da liegen Zoomies. Oh, der kommt hier her. Was ist, der hat ne, der hat... Wtf, der hat nur ein Beil in der Hand. Oh, hier ist ne Tonne. Aha! Hallo! What is this? Why are you running with the pickaxe here? Er ist tot. Aua! Von wo? Von da unten? Was sind das hier für den Peter, Alter? Egal! Ich bin tot. Ich lebe noch. Ich bin unconscious. No! Please! Don't kill me! Ihr redet doch nicht mit dem! Ich habe nichts mehr. Was macht der da? Was macht der da? Oh, Junge! Was ist das? Warte mal. NOOOO! Du kannst das nicht machen! Ich habe dich nicht gefangen. Ich habe dich gefangen. Ich habe den Mann mit dem Pickaxe. Er wollte mich töten. Er kam zu mir und hat mich gerade gefangen. Das ist voll die Lüge. Die helfen mir. Ehe? Ren? Ich bin voll der Kack-Spawn. Ich gehe auf die los mit der Axt. Haben die den schon mal abgezogen oder was? Die haben aber das war taunet jedenfalls. Jürgen, wieso triffst du so viele Leute? Der ist akutschlos. Hau ihm auf den Kopf. Erst wenn da steht Überlebende und dann dieses rote Ruiniertzeichen. Dann sind die tot. Wieso kann ich nicht? Der Zombie! Nein! Ein Zombie! Nein! das ist lächerlich was ist hier passiert oh Zombie ey Junge warum kann ich hier nicht lang gehen Junge was ist das ist bugt toll jetzt hat mich der Zombie gesehen wie kann man durch diese Kacke hier nicht durchgehen das ist bugt einfach kann hier jetzt mal irgendwer sein ich glaube von links ja ordentlich das tut richtig weh nein irgendwo vom Schaunstein ich bin weg ey hätte ich doch meine Fresse gehalten ich habe aber keine Ahnung von wo Alter ich werde so hart beballert ey kein gesehen ist das eklig ich glaube ich ziehe eine Flanke über den Wald da läuft da gerade einer nein leck das ist ein normaler Zombie da ich sehe da eine Leiche Junge die Welt sieht hier absolut Grütze bei mir aus Digga was sind das für Texturen da kann ich ja da kann ich ja auch nichts erkennen da ich habe einen Zombie gesehen der Aggro hat oh mein Gott ich glaube ich weiß wo er ist der war halt auf die also so wie es aussah war der auf dem Gebäude neben dem Schaunstein da da ist schon wieder ein Zombie mit Aggro ah der steht still da hier liegt ein toller Zombie oh das ist ein Spieler ja das ist ein Zombie der ist nicht von uns ich gehe jetzt da hoch wo ich in der Ferne den Zombie mit Aggro gesehen habe hier habe ich den Zombie mit Aggro gesehen oh der ist hier noch ich bin tot wir haben uns gegenseitig getötet echt Junge als ob der noch immer an der gleichen Stelle war wo ich den Zombie mit Aggro gesehen habe du denkst immer die Disconnecten sofort das machen eigentlich voll ja ne nicht Disconnecten aber dass er die Pose wechselt Junge oder dass er dass er zur Leiche geht oder so Leute das ist ein Zombie mit Aggro der hat einfach die Aggro-Haltung und jetzt läuft der normal weiter da steht halt echt einer der sieht aufg- ne das ist auch nicht aufgaben steht hier ein Cherno of Militärding den klopp ich jetzt alter wenn ich verliere dann kann ich neu spawnen wenn ich gewinne bin ich gut ausgerüstet der wird erstmal geknüppelt in den Plane kriegen bam 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 nein der hat ein Säbel ja moin alter mein Leben schwindet ich glaub er ist low ja der Zombie hilft mir ja der Zombie hilft mir ok man ich kann ihn ey das ist eine Frau ey das ist eine Frau die ist einfach in zehn Zombies und geht drauf jawohl im Zaun ist sie dann kannst du ja looten oder nicht die ist richtig pisst jetzt heilige Scheiße Alter die hat ja voll viel Essen alter geil und Vitamin Tabletten hä ich dachte die hat eine Waffe gehabt die hat ja doch keine Waffe das fühlt mich verarscht ja wow die hatte aber noch gar nichts ey da soll die sich jetzt mal nicht anstellen jetzt haben wir hier Anzughose kann man da rags drauf Schuss gehört echt ey knallert einer auf zu den Schüssen zweimal hat der geschossen oh auf mich wurde geballert ey Arne ich weiß von wo ich beschossen wurde weißt du wo der ist hä der ist über Elektro auch wo diese dicken Mehrfamilienhäuser sind und sitzt da einfach drauf und piekt die ganze Zeit einzeln mit Namosin er guckt halt die ganze Zeit okay er aimt schon wieder auf mich ich muss hoffen dass er nicht trifft oh er schießt schon wieder auf mich Hilfe ich kann nicht mehr sprinten hier sind Hörstuhl f*** sie sind abgehauen Leute hier hier ist einer neben mir der schlägt Zombies Hallo kannst du mich hören Hallo Hallo ist jemand hier ja was ist dein Weapon erzähl mir äh ich habe ich habe ich weiß nicht was das ist ein weapon äh will du mir helfen ich wurde sniped aus einem Bungalow ja es ist von den bästern auf der anderen Seite ist es ja ich wurde oft und er kam auf der ruf vielleicht wir können ihn zusammen ja ja das ist gut woher bist du aber ich bin in diesem bästern ich bin nicht full health wegen Zombies ich habe ein Skorpion und nicht viel okay aber du hast ja ein Skorpion okay du hast ihn du hast ihn ich habe ich habe oder die die blöcke ich weiß ich weiß ich habe hier so ein random der mir hilft diesen scheiß fix sniper weg zu pimmeln okay okay let's go before he disconnects when it's getting dark oh he's that must be him yeah we just passed him oh oh he's still there he's still there let's gonna rush him go to the shots yeah yeah sure sure let's go to him just follow the shots man die Schüsse waren so nah und hier ist einfach nichts I think he's gone but thank you for your help have a nice day all night you too das kann doch nicht sein wo hat der denn hier geschossen egal ich will jetzt erstmal pennen ähm ähm Moment mal was denn hier liegt ne tot den toter aber das scheint er nicht zu sein weil der hat oder der hatte nen fight hier und hat noch einen weggeknallt leider wurde der hier einfach abgeknallt belastend let's a go